hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren folge a way out mit dem riesen nasen pappen nasen mann hallo in der letzten folge haben wir das scheiß was demontiert und dahinter ein gitter weggemacht und ja jetzt sollten wir ich weiß nicht wir können einfach machen oder guck mal guckst du mal raus ist niemand da ist niemand mehr ein werter da die gerade haben sie nur alle sieben reingegangen so gut dann lass uns mal rausgehen wir sind voll synchron aber warum ist da so ein riesen loch hinterm klo versteht weiß ich auch nicht okay so habe ich im gefängnis noch nie gesehen okay aber dass das wir können noch nicht fertig sein gleich wir können nicht schon ausgebrochen haben dann keine ahnung ein bisschen komisch ja du schaffst das du kannst mit deinem körper den lüfter blockieren ja wo bist du ja ich komme mir so frei vor okay was müssen wir treiben ich habe auch nicht mal einen tipp also ich wette mit dem lüfter ist ja irgendetwas drin hast du noch das tool ich hätte es ja ne ne das wird oben angezeigt ja 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 kannst du nix alleine wieder mit dem rohr in den ventilator rein du musst dadurch nein doch da muss dadurch halt halte halte und du warst nicht gemacht da hat gewusst niemals okay habe ich das rohr schon hier habe ich nicht nein sind wir wegen dem schon wieder ein rohr preis ich wollte hier ein leiden sehen nix kann der nix du wolltest du mal sehen was passiert ob ich in der mitte durchgeschnitten wäre wir sollten die fang mit dem fang zu stoppen geh schneller los beeile mich doch weg weg da weg da ich kann das immer noch halten nicht los kann ich den fang zu schlagen wo du bist das muss ich den irgendwie bücken ach guck mal hier Leo, ich brauche deine Hilfe hier. Oh. Das wird nicht klappen. Ja, aber wie, wie, wie... Also, ich brauche ja deine Hilfe hier bei der Tür. Aber das geht ja nicht, du bist ja da hinten. Komm mal an der ist, ähm... Ich hau ab, ey, du lass dich jetzt da im Stich. Komm mal hier her. Strom? Kriegt das irgendwie da durchreich? Das sah gut aus. Ah, ich hab den Stecker rausgezogen. So einfach ist das. So einfach ist das. Nee, weiter weiß, Stecker raus. Achso, jetzt müssen wir da hinten, die Tür. Hier. Nehmt etwas Hilfe mit der Tür. Es ist ein langer Weg runter. Ja. Wir brauchen etwas. Ja, wir brauchen etwas. Jetzt müssen wir bestimmt wieder in der Zelle zurück. Nee. Warte. Warte, ich hab ein Seil gefunden. Hier. Schau das aus. Was denkst du? Ich denk Schäte. Wir müssen wieder in der Zelle zurück und jetzt sammeln und machen und tun. Wir brauchen einen Weg in diese Runde. Als wir das machen können, können wir die Schäte in da rein. Das ist einfach. Problem ist, dass sie nicht in der Zelle in da können. Sie denken, dass wir in da können? Ja. Aber wir brauchen eine Handlung. Als wir die Handlung haben, das ist ein Schäte. Das ist ein Schäte. Das ist ein Schäte. Das ist ein Schäte. Und dann bringen sie es in der Rückrunde. Was meinst du, dass sie es inspeisen werden? Ja. Aber keine Angst. Sie sehen nicht zu schwer. Als wir in einigen Schäten sind, sollten wir alles gut sein. Okay. Zugang zum Hinterzimmer verschaffen. Hallo. Hi. Warte, ich mach mal hier. Ich muss ein bisschen arbeiten. Ich kann jetzt den Spaß mit dir machen. Ich muss... Hallo. Ich muss... Ich muss das doch da rein tun oder nicht? Zugang zum Hinterzimmer. Wir müssen erstmal abchecken, was hier abgeht. Wenn man andere Dinge... Ist das eine Waschmaschine? Alter, was ist das eine Waschmaschine? Cool. Ich hab meine Arbeit getan, ich bin fertig. Ich check jetzt mal die Lage. Hier ist auf jeden Fall ein Pfeil. Da, da, da. Ist der Wäsch... Ist der Wäsch... Ist der Wäsch... Ist der Wäsch... Der Wäsch... Besorgt den eigenen Wäsch... Besorgt den eigenen Wäsch... Den eigenen Wäsch... Das soll ich schon immer mein ganzes Leben. Ja, Mann. Ich bin sorry. Es geht ja mal nicht, dass ich hier langlaufen darf. Da sind Wäschewägen. Oh, dieser Mann? Ja. Es ist nichts persönlich, du kennst. Ja, ja, sicher. Äh, sicher. Name ein Nummer, bitte. Vincent Moretti. 3465. Hey, was ist das? Was zur Hölle sieht das aus? Ich bin in den Schäden. Boah, boah, boah. Du musst nicht alles weinig sein. Ist das lustig? Würdest du das alles alles machen? Ja, ich glaube, ich würde dich aufpassen. Du weißt, ich habe einen guten Tag hier. Ich denke, ich habe einen guten Tag hier. Zumindest hast du eine Firma. Wer hilft dir. Du meinst dieser Mann? Er macht diesen Job noch schlimmer, Mann. Oh ja? Du bist so dumm. 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 Ich kann mir entscheiden, welchen will ich denn? Die sind alle so schön. So. Achso, ich kann da reinklettern. Das ist doch nicht der Plan gewesen. Hallo? Du? Ah. Ja, aber ich will ihn doch jetzt nicht. Ich will mich doch nicht so verstecken. All right. Lass dich mit Schäden. Boah, krass. Die Steuerung von dem Wagen. Was mache ich denn jetzt damit? Was mache ich denn jetzt damit? Ah, wir kommen nur mit diesem Kack Wagen im Hinterzimmer. Komm mal nach hier hinten. Komm mal nach hier hinten. Darf die Tür auch so? Whoa, 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 whoa. Was machst du in mir? Geh weg von da. Ja, ja, ja. Der hat die Scheiße Kippen mir gekostet. Komm her. Beile dich, der andere häftigen Komplett. Wo bist du denn? Hin, weiter, weiter, weiter. Links, links, links. Dreh dich um. Dreh dich um. Da, da. Juhu, Sam. Verdammt, es riecht wie Scheiße in hier. Shh. Schau dir die Sprache ab. Shh. Sicher. Shh. Hehehe. 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 Keine Sorge, das mache ich nicht zum ersten Mal. Okay. Aber trotzdem, der Riech, Mann. Shut up. Es reizt mich schon wieder hier irgendeine Scheiße zu machen, ey. Hör auf. Wo ist denn das Hinterzimmer jetzt? Ich hab gar keine Ahnung. Da wo der Typ ist? Der Wächter? Nicht, dass es geschwindelig wird oder so, ne? Ne, ne, alles gut. Soll ich dir sagen, was ich sehe? Ich kann hier durch so ein Loch gucken. Ich komme gar nicht weiter. Ne, das ist das Falsche. Wir hängen fest. Okay, der will was. Oh nein, der guckt da nicht rein, ne? Oder? Ne, der muss mich mit... Eigentlich mussten mich mit... Hahahaha. Hallo. Hahahaha. Hahahaha. Hätte der Wäsche drauflegen sollen auf dir, ne? Okay, guck mal, wie fair das du da gespeichert hast. Okay, dann kannst du wieder herkommen. Also das Speichern ist echt fair. Let's cover you with sheets. Damn, it smells like shit in here. Shh. Keep your voice down. Sure. It smells really bad, man. Really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah, yeah, yeah. It's still the smell, man. Shit. Ne, die ist nicht mehr gefüllt, oder? Warte. Warte, bleib mal schön da drin. Ne. Leo, bleib da drin. Was, ne? Überraschung. Hey. Haha. Der stand doch gerade gar nicht da. Was darfst du tun? Hahahaha. Na, auf jetzt. Ja, okay. Papp Nassel in der Box. Ich musste das einfach ausprobieren. Ja, ich weiß, ich hätte das auch gemacht. Warte mal, sind hier nicht Wärten? Hier sind doch... Hier sind überall Wärten. Okay, okay. Boah, alle Leute wieder reinkrabbeln jetzt. Verdammt, es riecht wie Scheiße in hier. Shh. Halt die Schnauze. 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 Ja, ja. Wow, ja, ja, ja. Ich seh's ja noch. Okay, wir sind alle fertig. Lass dich selber drauf. Okay, musst du jetzt was machen, eh, ne? Ach geil, Alter, wie jetzt das denn gemacht, ey. Ach geil, Alter, wie jetzt das denn gemacht, ey. Okay, ich geh jetzt los. Du siehst ja mein linkes Bild, oder? Ja. Ich kann auch hier durchfangen. versteck dich geht das dauerhaft oder okay rein ich habe keine ahnung hin soll er guckt rein die hat er jetzt da rein gebracht versteck dich lieber noch ein bisschen ich kann dich nicht mehr sehen du bist jetzt im hinterzimmer warte mal ich guck mal ob ich den du bist auf da er schiebt ich er schiebt ich was auf dass er das nicht aufmacht ich kann ihn noch ich kann ihn noch sehen wo ich bin ich hin ja er steht davor es geht da weg nein viel zu früh ich habe gar nichts gemacht der hat das automatisch und jetzt ist es darum der wert dann kann ich nicht sehen was sollst du jetzt mal lagen stehlen ach ja klar wir brauchen die langen zu für die aber wo sollen wir jetzt du musst irgendwo irgendwo hinwerfen dass wir sie raus holen können der wert hat bewegt sich weg was ich muss auch noch da rein wahrscheinlich wie du brauchst meine hilfe wie soll ich denn im hinterzimmer kommen ich könnte hier klauen das ist ziemlich eine maschine ein schreck Okay, die Maschine. Das ist ein Trockener oder sowas, ne? Was ist das? Oh, ha, ha, ha. Da hab ich schon der Plan. Ihr haut das Ding voll mit Dinger und da geht ihr kaputt und dann kommen die Wärter und ich kann gemütlich zu dir herkommen. Mein Plan. Okay. Sachen kaputt machen, da bin ich gut. Hä? Darf ich nicht mit ran? Ja, der sieht das doch, wenn ich das da reinwerf. Ich muss das irgendwie anmachen, glaub ich. Komm mal. Ja, das musst du warten auf mich. Ich hab keinen blassen Schimmer, was ich machen soll. Ich auch nicht. Ich kann ja nicht jetzt einen Wagen nehmen und mich da selber reinlegen. Das geht ja nicht. Und dann da hinrollen, so ganz unauffällig. Provozieren! Ah! Ich kann das nicht mehr weglegen. Ey, Tür, Tür, Tür. Ach ne, der ist ja gar nicht. Der, die Wache. Das ist doch so kräftig. Ey, Warte mal. Es ist okay, was er gerade gesagt hat? Was er gesagt hat, er sagte etwas über deine Mutter. Und lass mich dir sagen, es war nicht schön. Ey, ey, verdammt! So einfach. Es gibt eine Schlägerei, es gibt eine Schlägerei. Bleib da, bleib da. Verfügt die Mutter. Wetter! Ich komm. Das ist natürlich zu, ey. Warte. Komm, komm. Wie bückst du dich? Ach, lass mal was da rein. Okay, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, komm. Der ist gerade weg. Wie schön, Paul hat er auf den Boden geholt. So, jetzt müssen wir in die Laken. Ich muss... Räuberleiter. Oh, wir müssen auch wieder zurückkommen, ne? Hey, Vincent. Gib mir ein paar Schäte. Nein, den gebe ich dir nicht. Okay. Ich bin nicht der Sklave. Hier. Ich kann nichts drücken. Was ist los? Hä? Ich kann nichts machen. Warte mal. Geben. Ach, guck mal, ich war nicht nah genug dran. Krass. Komm, bring mir ein paar Schäte. Ja, halt die Pappnase. Jetzt mach dich so einen Druck. Entschuldigung. Muss halt schnell gehen, alles. Das können wir uns eigentlich auch erwischen lassen. Die kommen noch nie auf die Idee, dass wir... Dass wir da jetzt gerade Laken durchgepiekst haben. Ah, guck mal. Das müssen wir nicht nochmal machen. Das ist schon mal nett. Interessante Cutscenes. Okay, das soll ich machen. Ja. Wir hoffen, dass wir so. Hä? Nicht ein Fan von Höhen? Nicht wirklich. Ich hoffe, dass wir so gut machen. Na gut, besser du, wenn ich ihn... Ich hab Scheiße geknotet. Ich warte, bis du unten bist. Nicht, dass das so viel Last ist. Oh, shit. Timmy, denk mit. Das tue ich immer. Wir haben Rettungsdienst. Gibt's hier irgendwas zum Looten? Hallo. Ich will da sehr gerne springen. Ja, 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 Mann. Komm schon. Was ist das? Ich meine, da ist noch eine Tür, um ehrlich zu sein. Und die hab ich noch nicht reingeguckt. Nein, da gibt's nichts für die Looten, Papas. Scheiße. Da oben ist noch eine Tür. Ich weiß jetzt nicht, ob du hinterher springst. Wir brauchen Licht, hat er gesagt. Ja. Taschenlampe finden. Oh, ist kein Problem. Ich kann nicht schlafen sehen hier. Wow, das war richtig schwer zu finden. Gut, dass wir eine Taschenlampe hier liegen haben. Oh, Batterien. Oh. Oh, das Wasser ist schrecklich. Oder? Wie geht? Ist das kackig, oder ist das? Ich bin ein bisschen planschen gegangen. Ich denke mal schon, ja. Ich komme. Ich leuchte rein. Wow. Oh. Zielen? Zielen? Ich habe nur ein bisschen zu der links. Was? Es war alles kalt. Das ist, warum wir ein bisschen Licht brauchen, Leo. Schmerz, eh? Ich bin gespannt, ob du denkst, dass ein kaltes Bereich ein kaltes Bereich ist schmerz. Okay. Ich muss jetzt nicht echt schmerzen, oder? Es ist verriegelt. Schön ist verriegelt. Ich wüsste nur noch mal, wo die hingeht. Warum soll ich denn da... Ich komme auch nicht rüber, oder? Oh, Gott. Das Wasser riecht wie Schmerz. Ich komme nicht zu dir rüber. Ja. Wie doof ist das denn? Da kann man doch... Warte, warte, warte. Ich habe was gefunden worden. Ich musste ja irgendwie Licht machen, ja. Achso, andere Richtung. Na, voilà. Et voilà. Und ich? Du darfst nicht. Ich will auch frei sein. Ach, du kommst zu mir? Ja. Mmh. Das sieht sehr lecker aus. Oh. Das geht nicht. Hier ist noch ein Gitter. Boah, ein Gitter, ey. Weil ich meine, du rutscht echt so auf Scheiße und so raus. Und die Freiheit. Wo bist du denn? Hier bei dem... Ja, 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 genau da. Du kannst dich an einem bescheuerten Rad drehen, wenn er kein Licht hat? Nein, kann ich nicht. Hm, 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 hm. Oh, Gott, das klingt schon so eklig. Ich glaube, das ist normales Wasser, ist kein Abwasser. Das ist ganz bestimmt Abwasser. Oh, ich weiß, wo du jetzt herkommst. Ich auch. Da ist es. Kannst du die Lampe geben? Nein, doch. Okay. Da halte ich. Nein. Das ist meine. Tschüss. Ich glaube, du kommst jetzt... Hier kommst du jetzt her, Wetten. Trottel. Lass auf. Entschuldigung. Ah, ich sehe die Lampe schon leuchten. Du kommst gleich. Du musst dann links sich halten. Geht auch wahrscheinlich nur, ne? Äh, jetzt sehe ich nichts mehr. Das Zoom. Warum zooms du denn? Damit ich da hinziehen kann. Shit. Hey, Popmus. Tut mir leid. Ich kann leider nicht auf den warten. Gut, dass da ein Stein liegt und die aus Pappe sind hier. Hau! Ah, Freiheit. Kannst du schon riechen? Es ist lockt. Weil weißt du das? Du hast es sogar nicht gemacht. Gleichzeitig, gleichzeitig. Drei, zwei, eins, Feuer! Muss ich denen alles erklären. Bist du noch nie ausgebrochen aus dem Gefängnis? Aber du musst vorgehen. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wir sind's. Ich habe schon Ratten gesehen. Wir haben es nicht. Du bist nicht Angst, dass Ratten sind, oder? Ich? Ich bin nicht Angst. Ja, es ist nur ein... Du weißt, was auch immer. Sie sind schade. Genau. Boah, ist es dunkel. Gitter! Ins Stuhl! Boah, ich sehe gar nichts. Das ist ganz schön schwierig mit der Taschenlampe hier. Hä? Komm mal zurück. Müssen wir mal von vorne anfangen. Wo bist du denn? Lass mal, ich stehe im Dunkeln. Du bist aber nicht... Hä? Ich bin zurückgegangen. Du bist aber ziemlich weit zurückgegangen. Hä? Verstehst du? Hä? Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Wir sind doch... Nein, wir sind von hier gekommen. Ich glaube, du bist richtig. Tatsächlich? Ich bin aus der Seine richtig gelaufen. Ja. Eine Schaufel. Yo. Shit. Ich hoffe, wir haben deine Hilfe hier. Ja, Wache ist hier. Eine Wache ist hier? Ja, die Leute behauen sie ja. Kann man oben was sehen? Nee, ne? Also harte Männer, hast du gesehen, was die da für einen Metallwickel geschoben haben? Richtige Stahlwand. Oh, ich weiß schon, was hast du für eine Top-Nase? Ich auch. Oh, oh, jetzt weh. Nicht ausprobieren, was passiert, wenn man es falsch macht. Ich weiß es ja schon, was passiert. Boah, Alter. Oh nein! Immer. Warte, 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 ich ruhe jetzt. So. Mach du noch mal? Shit. Du? Okay, warte, warte, warte. Jetzt warte kurz. Nein! Oh, scheiße, ich hab schon gedrückt. Oh, oh! Werter auch noch. Warte, ich komm. Schön hier mit dem Run. Geil. Boah, laufen wir weiter. Aber das kannst du doch nicht abschätzen. Oh, ich hab' noch mal, ich hab' noch mal. Oh, das muss doch furchtbar anstrengend sein. Oh nein, warte, ich hab' mich gedrückt. Ich hab' mich verdrückt. Auf, ich komm' wieder hoch, warte. Und jetzt geht's weiter. dass wir das geschafft haben am ersten mal nein jetzt müssen wir diese kack schrauben da lose kriegen das heißt wieder ab in der zelle aber das coole ist du musst das alles sich noch mal machen sehr angenehm das ding brauchen war das objekt der begierde ich habe mir so kommen da ist es zu sehen werden schraubenzieher achter schlüssel hier genau die brauchen wir machen ja wieder wir machen wir ein päuschen okay machen wir einen cut und dann sehen wir in der nächsten folge wie wir an diesen schraubenschlüssel kommen geschenk 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 geschenk